Moin Moin und willkommen zu einer neuen Spaßaufnahme agar.io. Ich habe vorhin versucht Slyther.io aufzunehmen, aber irgendwie es lag tierisch. Und ich sag mal so, an dem Shield kann es nicht liegen, an der Performance. Das muss irgendwie an den Servern liegen, keine Ahnung ob es das Spiel ist. Also mein Internet ist super und das Shield ist sowieso super. Keine Ahnung. Deswegen nochmal agar.io. Du musst die Steuerung kurz umgewöhnen. Bei Slyther.io ist eigentlich auch recht cool und ich habe mich gerade schon verdiddelt. Na ja, in der Ecke spawnen ist auch ein bisschen scheiße. Nein, ich will nicht. So, jetzt aber. Mein Name ist weg? Da ist er. Oh Gott, was ist denn hier los? Ich werde schon von eingejagt hier oder was? Ja, geht alle in Reddit rein. Alles klar. Na, Steuerung. So. Ja, ich hätte jetzt gerne mit Controller gespielt. Am PC ist natürlich auch besser, aber wenn man nämlich jetzt hier seinen Finger ständig drauf hat, dann hat man unten links, also ich habe unten links meinen Finger, das seht ihr ja, und dann habe ich nicht im Blickfeld, was da gerade rumfleucht. Oh Gott. Da, da, da. Oh nein, 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 lass mich raus. Oh, 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 lass mich raus. Warum ging der nicht? Das ist nicht bewegt ey. So eine Scheiße. So jetzt aber. Moment, ich nehme den Controller jetzt, äh, das Tablet in die Hand. Ich habe es eben auf dem Boden liegen gelassen habe. Vielleicht ist das ein bisschen besser. Mit dem Daumen bin ich ja ein bisschen, ja, besser koordiniert. So. Polina, komischer Name. Oh Gott. Ein Schoko. Ein Schokoei. Wun, wun. Nein, 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 nein. Lasst mich doch erst mal anfangen hier, Mensch. Ich bin gerade erst wach geworden. Danke. Geh weg, geh weg. Oh Gott. Nein, das los sich nicht für dich. Nein, 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 nein. Ihr müsst euch nicht wegen mir teilen. Oh Gott, das ist ja groß. Was man die Rangliste reintut. Oh, ich bin doch groß genug, ich Idiot. Eieiei. Pumba. Guck mal, ich bring dich zu deinem Team. Guck mal hier. Och Mann. Oh, okay. Auch gut. Hallo Steuerung, ich möchte… Oh, irgendwie ein bisschen nervig. Ich würde es am liebsten echt mit dem Controller spielen, aber nö. Mag er nicht. Was macht er denn hier? Lockt er mich? Will er mich locken? Hahaha, ich habe euch beide. Ah, Arschlecken! So! Oh, geil! Direkt meins! Ihr seid doof. Ah, ich bin noch dümmer. Ich glaube, ich verliere meinen kleinen Anhang hier, wenn es so weitergeht. Oh, 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 oh! Oh, hab, 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 hab! Oh Gott! Danke! Das war dumm. Huh, das flog kaputt. Ja, 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 ja. Hier eine Werbung für ein anderes Spiel, was ich gar nicht sehen möchte. Zack. So, noch ein Versuch. Ah, das ist natürlich der Nachteil an kostenlos spielen. Und wenn ihr es auf dem PC spielen wollt, einfach nur agar.io im Browser eingeben und dann habt ihr das Spiel schon vor eurer Nase. Und ich bin einfach nur dumm und unfähig. Was ist heute los? Manu, ich will ja ein bisschen... Ja, genau. Hallo? Das hat es ihm jetzt auch richtig gebracht. Er hat sie gerade selber... Ja, Spawner noch mehr am Rand. Was ist denn... Ja, genau. Geht's noch? Was soll die Scheiße? Oh Gott, ein Zoom-Ringer. Noch ein Zoom-Ringer. Und das ist ja das gleiche. Jeder Wort. Danke. Oh nein, 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 nein. Geh weg. Ah, das ist schon wieder das Schokoei. Mann, wohin? Kurz ein guter Start und jetzt schon wieder nur Müll. Ich habe runtergedrückt. Ich habe eindeutig runtergedrückt. Meine Güte. Oh, Oh, du bist groß. Nein, nein, nein. Lass mich in Ruhe. Nein, nein, nein. Wenn der platzen würde, das wäre geil. Ach, du bist gar kein... Oh. Hallo, ich drücke nach links und der reagiert erst viel später. Oh Gott. Weg, 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 weg. La, 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 und meine Schmeichel sind wieder scheiße laut. Ich weiß nicht, was dieser Kack soll. Aber naja, es ist morgens. Sie haben gerade Essen bekommen und wahrscheinlich freuen sie sich gerade einen Ast ab. Hallo? Burger King, ich habe Hunger. Komm her. Auch wenn du ungesund bist. Alter, ist das Vieh hässlich. Oh Gott, und groß. Gut, dann wollen wir uns hier kurz mal ein bisschen größer machen. Oh nein, nicht schon wieder. Mann, gibt es ja auch noch irgendwelche normalen, die nicht so monster groß sind. Oh Gott, Mann. Oh, die Nase ist jetzt wieder gewachsen da oben. Zack, Gliederbord rein. Oh nein, 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 nein. Hä? Ist der geplatzt oder hat er sich geteilt? Oh nein, ja genau, geht weg. Alle da oben in die Nase rein. Alter, wie groß ist denn der? Nein, 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 nicht Hein, nicht Hein, du auch nicht. Nein, nein, geh weg. Lass runter, alle runter. Ja, weg hier. Toll, irgendwie sind die alle gleich groß. Scheiße. Zack, du bist meins. Komm her, komm her. Oh nein. Ich würde nicht nach oben gehen, nach oben ist scheiße. Oh ja, oh ja. Oh nein, wag es nicht. Duuuu. Ja genau. Was kam denn da jetzt alles ran? Weg mit dir. Hm. Oh? Ja, das levelt, alles klar. Ne, ich will, jetzt habe ich den Fliegen-Skin. Na ja, okay, dann haben wir den eben jetzt. Neuer Versuch, neues Glück. Was machst du denn? Ja, Fliegen sind Leibspeise von Spinnen. Alles klar. Oh Gott. Lass mich in Ruhe, ich bin zu klein. Das lohnt sich nicht total. Ey, wie, wie, wieso bewege ich mich wieder nicht? Moment, anders hinstellen. So, versuchen wir es jetzt nochmal so. Eieiei. Uuuu. Ja genau. Uuuu. Oh mein Hund. Oh nein, 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 ich bin doch so klein, ich bin doch so klein. Oh, da ist die Ecke. Nein, 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 nein. Nochmal. Letzter Versuch jetzt. Von draußen ist Hass, es sollen sein und ich bin einfach nur bescheuert heute. Hab nur Pech. Aber ich lasse euch trotzdem drei Anteile haben. Lass mich weg, lass mich weg, lass mich weg, lass mich weg. Du teilst dich nicht für mich, ich bin zu klein, das lohnt sich nicht. Uuuu. Komm her. Oh Mann. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ich bin eine Summen, Sabine. Ich habe doch nach links gedrückt. Habt ihr die Verzögerung gesehen in der Bewegung? Das ist ja abartig. Ja, kommt alle mich rein. Nein, los. Ja, juhu. Ein bisschen größer. Oh nein, 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 jetzt bin ich wieder verlocken für andere sich zu teilen und mich zu schnappen. Nein, 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 nein. Ja, komm her, komm her, komm her, komm her. Kommt ihr die Suchschutz. Und wie auch immer das heißt. Kommt ihr alle rein. Hier, komm. Ich bin eine Summen. Oh nein. Ich wollte mich gerade teilen, aber habe ich da einen großen gesehen und habe gedacht, nee, knallst doch in die Reihen mit Pech. Hm, ich glaube für die bin ich zu groß, ne. Und bloß nicht in die Stachelmonster rein, weil die machen mich kaputt. Wo ist denn hier los? Okay, hier wird sich gefüttert, hier wird geteamt, alles klar. Oh, oh, oh. Na komm, komm. Danke schön. So. Ah, komm, komm. Nein, 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 nein. Nein, daneben. Scheiße. Oh nein, 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 nein. Jetzt bin ich wieder verlockend für andere. Weg, weg, weg. Oh nein. Oh nein. Oh scheiße, egal wo ich gerade hinfahre. Oh scheiße, unten ist der Rand. Ah nein, kann ich mich bitte wieder verbinden? Das wäre sehr geil. Bitte, bitte, ich will wieder ein großer Klopps werden, eine große Sumsebiene, dann komm, ja, hoppala, Sumsebiene, los geht's, oh Gott, oh Gott, na gut, das war's dann, ich hoffe es hat euch trotzdem gefallen, lass bitte keinen Daumen nach unten, weil ich so dumm bin da, sondern einfach nur Daumen nach oben, damit ihr gelacht habt, bis danni, tschulaloo.